Willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4. Ich bin gerade kurz rausgegangen, um was zuerst zu holen nach dem Speichern. Dabei ist das Spiel weitergelaufen. Doof. Was habt ihr verpasst? Herbie ist zur Arbeit. Ne, die Kinder machen ihre Hausaufgaben und die Mutter ist zu Hause. Also das Spiel ist jetzt zwei Stunden weitergelaufen. Das Schöne ist jetzt, wir haben endlich die Beförderung bekommen. Wir dürfen jetzt tatsächlich auswählen, ob wir die E-Sportlerin werden sollen oder die Startup-Unternehmerin. Und ich werde natürlich E-Sportlerin. Wo sind wir denn hier? Ich spiele ja nicht umsonst die ganze Zeit Computerspiele. So. Go. Yippie. So. Jetzt muss ich erstmal gucken, was die Audios hier machen wollen. Audio möchte gerne schlafen. Dann geht Audio schlafen. Audio 2 möchte gerne essen. Dann essen wir doch was. Hier öffnen. Ist doch mal ein leckeres Stückchen Kuchen. Was möchte Mutti? Mutti braucht Spaß und Mutti braucht Hygiene. Mutti darf duschen. Und Mutti darf dann hier gleich nochmal ein bisschen zocken. Spielspielen. Livestreamen. Wir können jetzt eigentlich Livestreamen. Wie geil. My Sims Go. So. Jetzt haben wir hier eine kleine Let's-Playerin. Wie geil ist denn das? Ich habe meine eigene kleine Let's-Playerin geschaffen. Und jetzt hat sie mir die Dusche kaputt gemacht. Was war denn das? So. Und was ist jetzt passiert? Es ist gerade Geld verdient worden mit... Geld verdient worden. Oh ja. Oh ja. Jetzt verdient sie hier lustig Geld mit Livestreamen. Interessant. Das fließt hier aber so Geld rein. Wie geil. Ja. Da fließt lustig Geld. So. Audio sitzt hier noch und tut nichts. Er könnte nochmal was tun. Mein Gott. Jetzt verdiene ich hier centenweise das Geld. Das ist auch mal geil. So. Äh. Er möchte noch gerne mal Zusatzaufgaben machen, damit er dann gleich mal da weitermachen kann. So. Jetzt können wir hier nochmal graben. Ja. Bevor wir mal vor der Haustür gerade was liegen. Dann darf er dann nochmal kurz hier ein bisschen auf Schatzsuche gehen. Da ist noch etwas, wo er graben kann. Da gibt es noch Pilzen. Oh, hier kann er nach einem Fräschchen suchen. Da gibt es Pilze. Ah. Ich suche mal so bei den üblichen verdächtigen Stellen. Hier unten sind... Ja, genau. Da ist noch einer. Und da gibt es noch ein Fräschchen. Gibt es hier noch was? Ja, da ist auch noch was. Einmal graben. Gut. Sehr gut, ihr beiden. So. Sie ist immer noch am Liveströmen. Liveströmen. Ohne Headset. Ist auch interessant, dass sie ohne Headset hier let's playen kann. Na gut. Jetzt. Er schläft noch. Ist auch gut so. So. Er darf gleich mal fix was essen, wenn er wieder rauskommt. Hier schnappt er eine Zwiebel. Nein. Ich schnapp den Grillkäse. So. Und wieder mal ein Euro verdient. Ach, nicht schlecht. So. Hier gibt es Zusatzaufgaben. Hat er seine Zusatzaufgaben schon gemacht? Grundschulhausaufgaben. Zusatzaufgaben machen. Nibi, auch als Einsatzschüler, muss man ab und zu mal ein bisschen was lernen. Und hier darf man weiter ins Inventar platzieren, das Ding, und dann da weiter zeichnen. Quaver. Quaver. Äh, die verdient jetzt hier richtig Kohle, oder wie soll ich das verstehen? Acht Simoleons haben wir schon verdient. Oh, da die Waldfee. Äh, hier darfst du ihm jetzt nachher mal reparieren. Das ist ja schrecklich. So, neun Simoleons verdient. Zehn Simoleons verdient. Mein Güter, weil ich hier bei 5000 bin, dann dauert das noch ein bisschen. Oh, da die Waldfee. Zusatzprüfung abgeschlossen. So, er geht jetzt erstmal lustig Sachen holen. Er ist da. dabei, und sie verdient hier ordentlich Geld. Kapsel ausgegraben, was mag da drinstecken? Das finden wir raus. So, wir folgen ihm mal kurz. Hallo, ich sagte, wir folgen ihm mal kurz. Können mal zukommen, wie er hier arbeitet. Was haben wir da bekommen? Eine Kapsel, die darf man dann mal öffnen. Wie geht's ihr? Sie verdient immer noch Geld ohne Ende. Mit dem Liveströmen. Hat schon 14 Dollar verdient. Simoleons verdient. Nicht Dollar, Simoleons. Und noch eine Kapsel gefunden bei Audio. Hi. Folgen wir ihm nochmal hier ins Inventar schauen wir. Und dann hat er hier noch eine Kapsel. Öffnen. Da sind ja zwei Kapseln. Die darf ich auch nochmal öffnen. Meine Güte, und die Frau, die verdient ja hier eine Kohle. Das ist ja nicht wahr. Gut, aber jetzt darfst du doch nochmal aufhören mit Livestreamen. Du musst dringend mal auf Toilette, habe ich das Gefühl. Oh ja, Toilette und alles und Hunger und duschen und aufräumen und öffnen. Dann schnapp dir dann nochmal einen Grillkäse. Und dann ab ins Bett mit dir. Das ist ja nicht auszuhalten hier. So, der wütende kleine Audio, der hier etwas müffelköpflich durch die Gegend müffelt, möchte gerne nach Hause kommen. Und Vater ist zu Hause. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, hier geht es jetzt echt rund. Okay, Audio. Ab ins Bett. Ist ja auch schon 10 Uhr abends. Gut, sie ist auf Toilette. Was macht er denn jetzt gerade? Was möchte er jetzt gerade? Er möchte gerne schlafen einfach nur. Das geht aber so schnell nicht. Wir haben hier noch ein bisschen was draußen im Garten zu tun. Alles ernten bitte mal. Dieses Pflänzchen könnte er noch weiterentwickeln. Level-Aufstieg, Gartenfähigkeit, geil. Düngen könnten wir auch nochmal. Wir können aber hier sicher noch irgendwas weiterentwickeln, oder? Mal erst mal bewässern können wir noch. Ja, ah, hier ist noch was zum Weiterentwickeln. Ja, ja, so. Audio. Da ist er schon. Der möchte jetzt aber erst mal gucken, was hier überall drin ist. Öffnen und öffnen und öffnen. Und er muss auf Toilette. Uah. What? Ist jetzt schon wieder los hier. Und auf Toilette. Und. Uah. Und go, go, go. Auf Toilette bitte, Audio. Verwenden. Hat er die jetzt alle aufgemacht? Nö. Soll sie doch noch öffnen. Und die soll es auch noch öffnen. Und wen haben wir da? Den Buddy haben wir gefunden. Hey, Buddy. Was ist das? Das sind Fossilsteine. Da darf er nochmal das Fossil extrahieren. Und irgendwann lasse ich ihn dann nochmal ins Bett gehen. Irgendwann. Someday. Wo ist er denn jetzt gerade? Er ist schon auf dem Heimweg. Oh ja, er in Trippelschrittchen nach Hause. Oh, tut mir leid, dass ich dir das angetan habe. Tut mir wirklich leid. So, Herbie hat nichts zu tun, wie es aussieht. Ist alles geerntet, alles super, alles yay. Ja, es scheint schon, dass es so ist. Dann abends Bett mit dir. So, Mütterchen isst noch ihr Grillkäse. Schnappi, happi. Dann muss er flette und dann muss er auch gleich mal ins Bettchen. So, Mutti muss dringend ins Bettchen. Da kommt sie gleich auch hin. Und Audio Nummer 2. Wie lange würdest du noch schlafen? Du brauchst noch ein bisschen. Okay, dann darfst du erstmal duschen. Danach nochmal fixen Grillkäse. Essen. So ist doch fein. Ab ins Bett. Ja, schlafi. Ganz schnelles Schlafi hier. Ja, wir sehen hier wieder die. Ja, da ist er schon. Hallo, Audio. Und das hatte ich doch schon gesagt. So, unwohl, weil dreckig. Und, oh, Käfer. Wir haben Käferbefall. Herbie, rette sie. Da ging Käfer einsprühen. Rette sie. Und alles ernten darf auch nochmal. Wenn er denn damit fertig ist. So, Audio, Audio, Audio. Darf jemand aufräumen. Herbie hat hier noch das Küchenteil, das er sich ins Inventar packen wollte. Und er hat wieder das ganze Inventar voll mit lustigen Sachen, die hier noch rein können. Ein paar Träubchen, ein paar Träubchen, etwas Spinnerart, Banana Jimbobs und Petersilie. Was hat sie eigentlich noch? Sie hat noch siebenmal die Dinger in der Tasche. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Die darf Herbie nachher auch alle mal einsammeln. So, du wirst hier noch beim Zusatzaufgaben machen, nachts um drei, das ist doch super. Duschen darfst du gleich. Nur essen hast du schon erledigt. Toilette solltest du auch nochmal gehen. Hm, verwenden. Herbie darf hier nochmal Teile plündern. Okay, Kapsel, Kapsel, hier haben wir doch schon so einen Blumenfrosch. Sie hat 21 Dollar mit Livestreaming verdient. Meine Güte. Und nochmal Kapsel, ich habe hier alles ignoriert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe hier alles ignoriert. Äh, so. Äh, falsch. So soll es sein. So, das kommt mal weg. Und dann hast du noch ein paar Aufgaben. Kleiner Herbie. Äh, Audio, nicht Herbie. Das ist Audio, nicht Herbie. So. Gut, was hast du vor? Du hast Hunger. Yummy, yummy, yummy. Gericht nehmen. Herbie, was ist los mit dir? Oh, er muss auf Flette. Oh, ganz schnell. Geht aber nicht, weil Audio da ist. No, das geht doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Schnell weg. Schnell weg. Äh, Hunger, Spaß und so weiter ist gerade schlecht. So, er, komm da runter. Beeil dich ein bisschen. Und dann gehst du mal hier hin. Und natürlich hat alles kaputt gemacht. Hier, äh, ganz schnell mal verwenden. Und dann mal was essen. Ähm. Was haben wir, haben wir noch was da? Da, es gibt noch Grillkäse. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Und dann darfst du hier Teile plündern, das Ding reparieren. Oh, das ist doch wieder doof. So, was machen wir, was stellen wir mit dir denn noch an? Einser Grundschüler. Leistung Bueno. Hast du schon Hausaufgaben gemacht? Hast du. Okay, Zusatzaufgaben auch. Dann würde ich sagen, du darfst noch ein bisschen zeichnen. Leute. Herbie, Burbie ist da vorne. Dabei, er quescht sich kurz die Hände. Ist denn was? Darf dann noch Teile plündern und reparieren. Und dann darf er das alles hier mal ins Inventar platzieren. Viele, viele bunte Teile. Ja, super, schon voll. Alles voll. Gut. Und Herbie ist beschämt. So, Audio ist wach. Hello, Little Audio. Sein Spaß geht gerade ein bisschen flöten. Wie kriegen wir seinen Spaß hoch? Natürlich durch Fernseh gucken. Ein Kinderkanal. So. Schön Fernseh gucken. Vater ist beschämt. Oh, selbst so niedrigen Witz erzählen. Nein. Gegen Käfer einsprühen ist hier noch wichtig. So, das hier darf man immer wegwerfen. Mutti. Wie geht's? Oh, Mutti ist ja eigentlich schon fertig und so. So. Wann muss sie arbeiten? In drei Tagen erst. Geil. Gut. Und sie möchte gerne noch Spielturniere spielen. Da würde ich das sagen. Jetzt ist sie wach. Hallo. Spielspielen. Spielturnier. Anfängerturnier. Blickblock. So. Da wird lustig mit Käfern gesprüht. Also Käfer mit Käfern eingesprüht. Er ist zur Schule. Er ist gleich auch zur Schule. Schwups. Und Mutti darf eine Runde zocken. Herbie. Ist ganz gut. Ist hier super gut drauf. Den ist er nicht. Ja, ihm fehlt ein bisschen Spaß. Man muss er arbeiten. Er ist in vier Tagen. Juhu. Kann ich hier mal ordentlich was machen. So, aufräumen. Müll wegräumen. Dann darf ich hier nochmal alles bewässern. Das Pflänzchen darf weiterentwickeln. Da ist nichts zu tun. Da ist auch nichts zu tun. Da auch nicht. Hier ist aber nochmal. Na. Was ist hier? Oh. Weiterentwickeln. Also die können sich auch nicht entscheiden, was sie hier gerade für eine Stimmung wollen. Unwohl oder hier oder da oder dort oder irgendwas anderes. Keine Ahnung. Die wissen es nicht. So. Das darf er ins Inventar platzieren. Das darf er ins Inventar platzieren. Das darf er ins Inventar platzieren. Und jetzt ist hier die Liste voll. Was ist los mit dir? Wird es zu lange am PC? Gut. Was soll sie jetzt eigentlich noch? Platzieren im Videospielturnier. Leistung. Konzentriert soll sie noch sein. Ja. Das kriegen wir noch hin. E-Sports Teilnehmer. Cool. Cool. So. Herbie. Was tust du? Du gießt gerade Pflänzchen. Und dann darfst du hier nochmal jäten. Ist auch mal wichtig. So. Und da nochmal. Weiterentwickelt ist jetzt auch. Es braucht Vergnügen. Oh. Sein Spaß geht flöten. Dann geh doch mal hier Kanal schauen. Kochvideos. Wuh. Was war das jetzt gerade? Pause. Okay. Basilikum Strauß ist angestiegen. Okay. So eben sind Rechnungen im Briefkasten. Deswegen die fröhliche Musik. Wegen die Rechnung. Wirklich. Och. Das ist doch doof. Aber das war doch jetzt irgendwie auch, dass wir herausgesehen, dass andere Pfeilinnen besser waren. Ist mir kein Preis. Okay. Alles weg. Alles weg. Alles muss weg. Alles muss raus. Ausverkauft. Kann ich auch so machen. So. Gut. Herr Terbi möchte Spaß und danach darf er nochmal eine Runde mixen. Und Mutti. Mutti hat Hunger. Und Sozialleben geht ihr ab. Dann darfst du dann ein bisschen mit deinem Mann quatschen. Öffnen. Was haben wir denn? Erstmal machen wir was anderes. Verdammtes Essen aussortieren. Und dann gibt es wieder Grillkäse. Als ob wir davon nicht genug hätten. Ohne. Wow. Wir haben wieder ordentlich Geld verdient. Und sie ist traurig verloren wegen Spielturnier. Ich möchte ein Gemälde beenden. Weil traurig. Dann mal doch mal ein trauriges Gemälde. Hm. So. Hat aber Kochbananenbaum ist angestiegen. Sehr schön. Herbi. Hier wird noch gejätet. Da auch nochmal jäten. Und jetzt wird erstmal Fernsehen geguckt. Sehr gut. So. Wie sieht es bei ihr aus? Sie ist traurig, weil sie Spielturnier verloren hat. Das ist unschön. Wenn du damit fertig bist, darfst du nochmal eine Runde. Toilette verwenden und dann mal mit deinem Mann quatschen. Über neueste Spiele reden. Was hättest du davon? Hä? Malereifähigkeit erworben. Okay. Herbi. Wie sieht es bei dir aus? Der Spaß geht hoch. Sehr, sehr schön. Wie sieht es bei ihr aus? Ja. Herbi. Was machen wir jetzt mit dir? Jetzt ist erstmal eine lockere Unterhaltung angesagt. Ne? Das können wir noch mal mit ihnen machen. Massive Küchen. Mit Familie angeben. Und rumschmusen. Das können sie auch auf dem Sofa machen, die beiden Süßen. Ja, die beiden sind schon echt knuddelig. Sehr, 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 sehr knuddelig sind die beiden. Was, wer will rein? Nein, du kommst nicht rein. Die beiden sind hier gerade ein bisschen intim. Flirten. Äh, flirten. Ich kann uns noch machen. Hier, aufreizen, posieren, Polizistenwitz, Romantik, flirten. So, was möchte er jetzt eigentlich gerade? Er möchte immer noch, oh, er möchte noch vieles. Er möchte vor allen Dingen Mixenfähigkeit erlernen. Dann, mach doch mal an der Bar arbeiten. Wie funktioniert denn das? Krieg ich dadurch irgendwie... So, und sie möchte gerne Platzierung am Videospielturnier erreichen. Sonst geht's eigentlich gut. Dann gibt's hier nochmal Videospielturnier. Ähm, Spielspielen, Spielturnier, Anfängerturnier, Sportspaß. Hm, was hältst du davon? Panker. So, jetzt haben beide was zu tun. Und jetzt arbeitet er an der Bar. Das bringt irgendwie gar nichts, oder? Nö. Äh, Getränk zubereiten. Zebra Face. Guck mal, was das so macht. Oh. Okay. Da wird gespielt. Die Kinder sind in der Schule. Und wir haben eine Rechnung erhalten. Rechnung bezahlen. Und dann Post bekommen. Den da darfst du gleich mal austrinken. Oh, was haben wir bekommen? Hat alles aus dem Briefkasten geholt. Da war doch jetzt irgendwas dabei. Anscheinend hat Audio Probleme in Mathematik. Er kommt nicht über eine Eins hinaus. Ist das euer Ernst? Und anscheinend hat Audio Probleme in Mathematik. Er kommt nicht über eine Eins hinaus. Als ob das so schlimm wäre. Und Audio hat hart gearbeitet. Jetzt haben wir zwei Einsergrundschüler. Bueno. So soll das sein. Gut. Ihr seid beide glücklich ohne Ende. Du darfst ein bisschen zeichnen. Hier. In den Inventar platzieren. Du bist etwas angespannt. Warum? Kein Spaß. Ändern wir. Da. Spiel spielen. Sportspaß. Go. Herbie trinkt seinen leckeren Zebra Fizz. Und. Dann schauen wir noch was wir sonst noch so machen können. Hier können wir noch mal bewässern. Ist auch mal wieder dran. Oh hier ist noch viel zu weiterentwickeln. Da nicht. Aber. War da vorne noch was geblinkt hat oder? Da blinkt auch noch was. Da weiterentwickeln. So Mutti. Mutti hatte ich gesagt. Da Mutti ist beim Spieleturnier. Und er darf zeichnen. Zeichnen. Ein Tier bitte. Konzentrierte Audio ist konzentriert. Kriegt seinen Spaß hoch. Vater trinkt seinen Schnaps. Nein. Das ist natürlich nur eine Brause. Eine Hopfenbrause. Nein. Eine Hopfenbrause ist es auch nicht. Jetzt haben wir aber gerade mal irgendwas bekommen oder? Wir haben noch hier. Was ist das hier? Platium. Das können wir noch mal hier reinpacken oder? Hop. Ist das jetzt hier drin gelandet? Und Platium. Ach, das habe ich dahinter gepackt. Falsch. Da sollst du noch nicht hin. Du sollst hier rein. Bumm. Sehr schön. Happy. Du bist draußen. Okay. Kann ich hier eigentlich noch... Oh, er möchte noch kochen. Gourmet Menü zubereiten. Ne, er möchte gerne noch mal kochen. Und zwar möchte er gerne Eier und Toast kochen. Das ist doch was Feines. Und dann möchte er noch mal was kochen, da er gerade inspiriert ist. Asia Gemüsepfanne. Das ist Asia Hühnchenpfanne. Nicht Gemüsepfanne. Hühnchenpfanne. In der Familiengröße. Gut. Sie, er ist unwohl, weil schlechte Umgebung. Was ist hier denn schlechte Umgebung? Ist hier etwas dreckig oder so? Wieso hast du hier unfreundliche Umgebung? Wo? Wegen dem Glas hier? Aufräumen. Gottes Willen. Gut. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Hier bei Let's Play The Sims 4. Spaß hat's gemacht. Bis dahin. Ciao.